Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägeleit! Fägeleit! Was soll das heißen? Sie können Fägeleit nicht finden. Heute bilden Sie sich überhaupt ein, wer Sie sind! Was so erzählt ist! Hör auf zu Fägeleit! 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 Und heute bilden Sie sich überhaupt ein, wer Sie sind! Hör auf zu Fägeleit! 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 Nein, ausgerechnet! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht.